Boah, hallo? Hallo? Ey, Digga, dein Telefon rauscht voll ab. Hör dich nicht. Dein Telefon rauscht. Meins? Ja, das ist deins. Äh, äh. Ja, jetzt nicht mehr. Du bist voll leise. Hä? Bist du der Hund? Ja. Oh? Boah, Alter, Schwede, was bei dir? Wohnst du bei einer Baustelle, oder was? Wer ist denn da? Hallo? Hallo? Hallo, hörst du mich jetzt? Ja. Gut, pass mal auf. Ja. Ich will für dich was singen. Was? Ich will für dich was singen. Du willst mir was vorsingen? Ja. Okay, dann stell dich erst mal vor, okay? Ich bin der Markus und ich bin sechs Jahre alt. Sechs Jahre alt? Ja. Und du willst für mich was singen? Ja. Oh, süß. Ja. Oh, süß. Muss ich mal? Ja, klar. Das ist so richtig, jetzt Gem und so. Humster hier ist. Humster hier ist. Ja, Humster hier ist. Komm, mach mit. Yeah. Hums, Hums, Hums. Digga. Ja? So ein cooler Typ wie du hat doch bestimmt eine alte, oder? Logisch. Ja? Ja. Mit sechs Jahren? Ja. Biene, die ist auf. Und ist man mit sechs Jahren schon am Rumpimpern? Ja, so ein bisschen. Ja? Okay, Markus. Das ist aber süß, Mensch. Du, ich wollte sagen, ich finde dich voll cool auf dem Stream. Ja? Ja? Danke. Ich bin ein ganz großer Fan von dir. Ja? Du? Ja? Ich hab sogar die Free Free Four Crew aufgemacht. Was hast du aufgemacht? Die Free Free Four Crew. Das ist jetzt ne Fan Crew für dich. Hast du ne 3-3-1-Crew? Nein, 4. Free Free Four. Achso, 3-3-4-Crew. Ja? Achso. Und wann? Ja, und wir sind jetzt so die Fans von dir. Achso. Und ihr wollt mich dann beschützen, wenn's Schläge gibt, oder was? Ja? In welchem Alter seid ihr denn? Ja, meine Freunde sind so bis 8. Achso. Und in welchem Behindertenverein seid ihr? Bitte? Ich meine, in welchem Heim seid ihr? Wieso Heim? Ja, weiß ja nicht. Ich wohne bei meiner Mami. Warum redest du so komisch? Weil ich doch erst 6 Jahre alt bin. Was? Ich bin erst 6. Ja, aber mit 6 hab ich trotzdem nicht so geredet. Ja, aber ich bin ja im Stimmbruch schon. Ja, hast du. Okay. Okay. Alles klar. Du hast ne fette Show. Mach weiter. Danke. Und du hast schon mit 6 ja ein Internet? Free Four. Wir haben auch einen Channel. Raute Free Free Four. Ey. Mal gucken, welcher Idiot das joint. Ey, sag mal. Ja? Sag mal ganz ehrlich. Und du bist schon im Internet, oder was? Ja. Mit 6 Jahren? Ja. Und schon auf Livecams und Sauna.de und so? Ich spiele Countach 3. Echt? Ja. Höftig, Mann. Das macht dich doch verdorben mit deinen 6 Jahren. Wie kommst du denn mit den Leuten aus deiner Klasse klar, wenn du 6 Jahre alt bist? Die sind doch auch 6. Hä? Die sind doch auch 6 in meiner Klasse. Ja, aber... Achso, okay. Alles klar dann, Markus. Ja, uns. Ich hoffe, wir telefonieren nochmal und deine Crew bleibt erhalten. Alles klar. Machst du mir den Inder? Den mach ich dir gerne. Juhu. Okay. Cool. Da rein denn, ne? Ja. Ciao. Ciao. Oh Mann, was gibt es für Leute ohne...